Und ein herzliches Willkommen zurück zu Plan Z2. Ja, jetzt ist es schon letztlich geworden. Ein zu... Was auch immer. N1. N1. 1. 4. 4 ist Graz. Das erinnert mich ans Oktoberfest. Also nicht, dass ich da war, aber... Da hältst du auch immer die Wiesen oder so, ne? Was wird so? Schau. Hat sie noch was? Geh festen! Geh festen! Einfach rein, die Scheiße. Scheiße. Am besten, wie das so ein kleines, ne? So ein Ding? Damit können wir ja jetzt... Geh festen! Ah! Oh, 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 oh! Ah! Uh! Oh, 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 oh! Autsch! Geil! Hi-ha! Einfach mal hier langfahren. Mal gucken, was passiert. Nein! Wer, wer... Ich hab' mir perfekt hinbekommen. Da ist grad'n Flugzeug. Das gerade... ...in die Höhe steigt. Ich glaube, es fährt gerade hier lang, ja. Ist echt cool hier. Hier bleib' ich. Hier kann man schön Urlaub machen. Hoffentlich gibt's ja auch ein Spa. Damit ich meine Finnernägel lackieren kann. Ha! Geil! Muss man schon mal sagen, ne? Na, den Mann war einfach reingeschossen, ne? He-he. Mal gucken, was man gewinnt. Wir machen unser schönes Mercedes-Auto. Grad übel sehr schrott. Naja, ich hasse sowieso Mercedes. Mercedes-Auto. Mercedes-Auto. Ich glaube, das lebt. Ich glaube, das mag uns auch gar nicht. Nein! Wer, wer... Das geht doch nicht! Scheiße. Ab durch die Mitte, sag ich da noch. Geil! 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 Ich bin da hier. Der Mega-Shoot-For-Gate. Der Mega-Shoot-For-Gate. Ja, klar. Gegen den kann man nicht gewinnen. Das ist einfach unmöglich. Das geht gar nicht, ne? Erhaltene Gegenstand. Ich bin da. Prima Ballerina. Gott. Ich bin da. Hoffe ich. Feuer! Ich denke, das haben wir schon erobert. Tja. Machen wir auf uns mal aufmerksam hier. Nein! Aber wir waren nicht schlecht. Aber wir waren scheiße. Naja, aber Dachi, meine lieben Freunde, es war schön mit euch zu Let's Playen. Ich denke, es wird auch ein sehr tolles Let's Play. Ihr seht ja, ich als Pro-Gamer habe einen Kopfschuss nach einem anderen hingelegt. Also die haben keine Chance gegen mich. Ich bin ein Killer. Und dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Haha, ich bin ein Killer. Tschüss! 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 Tschüss!